Gute Lerngewohnheiten und Tipps für gute Noten finden wir ja sehr oft auf Social Media. Aber was mindestens genauso wichtig ist, sind auch die schlechten Lerngewohnheiten und eben die Sachen, die dich von den guten Noten abhalten. Beziehungsweise die Sachen, die, wenn du sie aufhören würdest zu tun, alles einfacher machen. Viel Spaß im heutigen Video. Vergesst nicht mehr, den Kanal zu abonnieren, falls diese Art von Videos interessieren. Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Das sagt zumindest Autor James Clear von dem Buch Atomic Habits. In diesem Buch geht es um Gewohnheiten und darum, wie du dein Leben revolutionieren kannst mithilfe dieser kleinen Gewohnheiten. Und eines der wichtigsten und zentralen Dinge, die er immer wieder sagt, ist Systeme sind wichtiger als Ziele. Denn wie ich gerade schon eingeführt habe, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Sich Ziele zu setzen ist relativ einfach, aber diese Ziele aus dem Blick zu verlieren ist ebenfalls genauso einfach. Und deswegen wollen wir uns nicht nur Ziele setzen, wie zum Beispiel zu sagen Ich möchte in jedem Fach auf 1 oder 2 stehen, sondern wir müssen uns direkt ein richtiges System überlegen, wie wir das schaffen können. Also überleg dir gerne mal, wo du dich in einigen Jahren oder wo du dich nächstes Jahr oder wo du dich dieses Jahr in der Schule eben siehst. Überleg dann vor allem, wie du zu diesem Ziel kommen kannst. Beispielsweise schreibe ich nächstes Wochenende, lol, schaut euch mal vor. Und zwar schreibe ich nächstes Jahr meine Abiturklausur und habe dann endlich mein Abitur. Das ist richtig Realitätsfan gerade noch und ich finde es total krass. Und ich habe zum Beispiel Spanisch als Abifach, als mündliches Abifach gewählt. Was heißt, dass ich mich gut auf Spanisch vorbereiten muss. Natürlich möchte ich eine gute Punktzahl im Abitur erreichen. Und ich habe mir dann einen Plan gemacht, wie ich das Ganze erreichen möchte. Und habe mir dann so Dinge rausgesucht, wie jede Woche Vokabeln lernen, jede Woche versuchen ein bisschen zu reden, im Unterricht gut zu hören, Zusammenfassungen schreiben und so weiter. Und ich habe mir da einfach ein paar Gewohnheiten rausgesucht, die ich denke, die sinnvoll sind. Und werde diese jetzt logischerweise dann auch so durchführen. Das Niveau deiner Ziele ist wahrscheinlich ziemlich hoch, aber du wirst nicht zu diesem Niveau deiner Ziele aufsteigen, sondern du wirst zu dem Niveau deiner Systeme runterfallen. Das klingt irgendwie ziemlich hart, aber jeder kann Ziele haben. Aber wirklich dafür zu arbeiten, ist eigentlich die Sache, die wir anstreben sollten. Und deswegen Systeme statt Ziele. Die zweite schlechte Lerngewohnheit, die wir alle machen oder alle gemacht haben, ist den Text einfach nur durchlesen und denken, man hätte gelernt. Ja, in der Grundschule ging das und auch noch in den unteren Klassen ging das, dass man sich Texte einfach durchliest und dann für die Klausur oder für den Test dann gelernt hat und dachte, man konnte alles. Vielleicht konnte man da noch alles und das war voll okay. Hat auch in der Unterstufe und Mittelstufe noch bei mir gereicht, aber zumindest in der Oberstufe habe ich gemerkt, das ist kein richtiger Weg, um zu lernen. Es reicht nicht, meine Notizen durchzulesen. Ich muss auch wirklich aktiv lernen. Und es ist tatsächlich so, dass dieses passive Lernen, also wenn du das durchlesen oder auch nur das Markieren, das ist ebenfalls passiv, das nicht so gut funktioniert wie ein aktives Lernen. Aktives Lernen wäre zum Beispiel, sich Dinge selbst abzufragen. Mit Hilfe von Teilkarten kann man das zum Beispiel sehr gut machen. Oder du kannst einfach mal deine Notizen zudecken und gucken, an was du dich noch erinnern kannst. Was ich auch gerne mache, ist Blurting. Beim Blurting schreibst du einfach mal alles auf, an was du dich erinnern kannst und vergleichst es dann nach dem Aufschreiben mit deinen richtigen Notizen. Das heißt, du darfst erst nicht gucken, musst alles aktiv aus deinem Gehirn wieder abrufen und danach darfst du jetzt gucken, ob du dich wirklich noch an das richtig erinnert hast. Das ganze aktive Lernen nennt man Active Recall und ich habe dazu auch schon mehrere Videos gemacht, wo ich euch das nochmal genauer erklärt habe und auch Beispiele gezeigt habe. Ansonsten sieht man es auch sehr gut in meinen Klausurvideos, wo ich euch auch nicht genau habe, wie ich immer von meinen Klausuren lerne. Also checkt das gerne am Ende ab. Ich verlinke es nochmal am Ende in der Endcard. Kommen euch diese Sachen hier bekannt vor? Wenn ihr das Fach Deutsch habt, bestimmt. Ich habe ja immer noch in der Weise, ich habe immer noch Liebe. Das sind alles Reklamhefte und das sind alles Bücher und Lektüren, die wir in der Schule lesen mussten. Und ich habe tatsächlich bisher jede einzelne Lektüre, die wir lesen mussten, gelesen. Und es hat mir extrem viel geholfen, vor allem in Klausuren. Oh mein Gott, ich habe das Beste vergessen. Ich habe noch Romeo und Julia. Ich sehe total den Punkt, dass Schule Lesen kaputt macht und dass man oft in der Schule Bücher liest, die man sonst überhaupt nicht lesen würde und die einem den Spaß am Lesen nehmen. Das sehe ich komplett. Ich finde ebenfalls, dass ich in meiner Freizeit viel interessantere und bessere Bücher lese als in der Schule. Und ich finde es auch wirklich schade, weil die meisten meiner Klassenkameraden eben nicht lesen in ihrer Freizeit und sie dann lesen nur mit diesen Schullektüren assoziieren. Das finde ich immer voll schade, weil ich jede Person, die sehr gerne liest, zum Beispiel Bücher wie dieses hier, aber ich das glaube ich auch nicht lesen würde, wenn ich nicht gelernt hätte, dass Lesen was Spaßiges sein kann. Und das habe ich schon sehr früh in meiner Kindheit eigentlich gelernt. Ganz anderes Thema eigentlich gerade, was ich eigentlich sagen würde. Mein Punkt ist, lest die Schullektüren. Oh Gott, ich bin ja voll abgeschweift. Es dauert oft nicht lang und es hilft euch enorm im Unterricht. Denn nicht nur in den Klausuren braucht ihr das Wissen, ihr braucht das Wissen auch im Unterricht, wenn ihr über die Lektüren redet und darüber diskutiert. Ich kann mir ehrlich sein, gar nicht vorstellen, in eine Klausur reinzugehen, um in die Lektüre gelesen zu haben, wo wir die Klausur schreiben. Was ist das? Wer macht das? Okay, wahrscheinlich viele. Aber ich finde es krass. Ich hätte richtig Angst davor. Ich würde es einfach nicht machen. Mach es einfach nicht. Okay, mach es einfach nicht. Der nächste Punkt ist, eine schlechte Organisation zu haben. Das ist natürlich vor allem auf die Schule bezogen, aber eigentlich auch generell auf das Leben bezogen. Sich nicht organisieren zu können, ist ziemlich schlecht. Ich persönlich plane mein Leben mit den Produkten von Lebenskompass und mein Lieblingsprodukt ist hier der Schülerkalender. Der ist undatier, das heißt also, du kannst ihn immer verwenden, weil du nicht limitiert bist durch die ganzen Daten, die schon eingetragen sind vorher. Also auch falls ich mal eine Woche lang nichts Spannendes zu planen habe, kann ich direkt danach weiter ansetzen und in der nächsten Woche weitermachen. In dem Kalender gibt es eine Monatsansicht, aber auch eine Wochenansicht. Das heißt also, du kannst Monat und Woche beides planen. Außerdem nutzt ihr auch den Kalender hinten bei den Notizen, um andere Dinge zu planen. Ich habe da zum Beispiel mein Taekwondo, also mein Kampfsport-Workout aufgeschrieben, wie ich mich sozusagen auch außerhalb der Trainingssession ein bisschen bewegen kann und guckt da dann auch immer gerne rein vor einer Training, vor einem Training, wie soll man sagen, vor einer Trainingseinheit, genau. Und was an Lebenskompass eben so besonders ist, ist, dass sie sehr auf Achtsamkeit und Dankbarkeit achten. Ich benutze auch das Dankbarkeitsjournal von Lebenskompass, aber selbst in diesen Kalendern gibt es immer eine Dankbarkeits- und Achtsamkeits-Section. Man wird immer mal wieder angehalten, zu reflektieren und zu überlegen, was man gerade dankbar ist oder was gerade schön in dem Leben ist. Kann man auch immer reflektieren, wie es einem geht und das hier ankreuzen. Es ist mega wichtig, deinen Schulalltag wirklich genau organisiert zu haben und geplant zu haben und das geht hiermit auch richtig gut, weil es auch Prüfungslisten gibt. Das heißt, man kann auch deine Klausuren eintragen und genau einen Blick haben, weil du die Klausuren dann schreibst und du kannst auch hier oben bei den Punkten direkt eintragen, was du für To-Dos an dem Tag hast. Ich mache es nämlich immer so, dass ich unten in diese unteren Spalten eintrage, was ich für Termine habe, also Dinge, die wirklich klar sind, die nicht mehr verschoben werden können und dann mache ich oben bei den Abpackpunkten eben meine To-Dos für den Tag. Des Weiteren gibt es hier auch einen Gewohnheits-Tracker, einen Habits-Tracker, wo du deine Gewohnheiten, deine Systeme abhaken kannst, wie im ersten Punkt schon erwähnt, richtig wertvoll. Und um auf den Punkt davor zurückzukommen mit der Lektüre, es gibt auch eine Literaturliste auf Seite 177 hier, wo du eintragen kannst, ob du Bücher verliehen hast, ob du Bücher ausgeliehen hast und so weiter. Falls ihr euch fragt, was ihr die ganze Zeit so rausguckt aus meinem Kalender, das sind meine Sticker. Der Lebenscampus hat richtig viele süße Sticker, wie ihr hier sehen könnt, die ich echt gerne benutze. Ich glaube, mein Lieblings-Sticker ist den Buch-Sticker, finde ich richtig toll, einfach so dieses Buch. Und sonst generell diese Motivations-Sticker. Falls ihr aber nicht so gerne Analog plant, ist es auch gar kein Problem. Es gibt nämlich auch den Digital-Schüler-Kalender von Lebenskompass. Den benutze ich auch, vor allem in der Schule, weil ich eben immer so ein bisschen gucke, was eben gerade besser passt, weil logischerweise, wenn ich gerade am iPad bin, sowas in der Schule eben mache, und wenn der Lehrer sagt, dass wir diese und diese Hausaufgabe haben, ist einfach einmal schnell bei GoodNotes dahin zu gehen und dann eben das einzutragen, als meinen ganzen Kalender rauszuholen und dort erstmal die Seite aufzuschlagen, bla bla bla. Das mache ich lieber zu Hause, weil ich mehr Zeit habe und mir richtig schön für das Gestalten und so weiter Zeit nehmen kann zu Hause. Natürlich habe ich auch einen Rabatt-Code für euch und ihr spart 10%, wenn ihr den Code LARAEMILY bei eurer Bestellung bei Lebenskompass im Online-Shop eingebt. Ich glaube, beim letzten Punkt können sich auch wieder alle identifizieren, und zwar ist das, an falschen Orten zu lernen, ganz insbesondere im Bett zu lernen. Ja, ich würde gerne sagen, dass ich es noch nie gemacht habe, aber auch ich habe oft im Bett gelernt. Gerade, wenn man irgendwie Hausaufgaben aufhatte und dann schon abends fast einschläft und sich denkt, Mist, ich muss doch morgen die Mathe-Hausaufgaben abgeben. Ich habe persönlich wirklich gemerkt, dass es mir sehr viel besser tut, am Schreibtisch zu lernen, mich wirklich hinzusetzen, dann habe ich auch gleich den konzentrierten Vibe, weil ich das Bett eigentlich mit Schlafen und Ruhe assoziiere. Vor allem nicht ich, sondern mein Gehirn macht das. Und wenn ich im Bett lerne, kann ich mich nicht so gut konzentrieren und fokussieren, weil mein Gehirn eben denkt, jetzt wäre Zeit zum Schlafen und Zeit zum Abschalten. Wenn ich mich aber im Gegensatz dazu hinsetze, alles aufschlage und wirklich diesen Study-Vibe habe, dann weiß mein Gehirn, es ist gerade Zeit, was aufzunehmen, zu arbeiten, und dann geht das auch viel besser. Ich weiß, dass einige Länder keinen Platz in ihrem Zimmer haben für einen Schreibtisch oder für eine, ja, dedizierte Study-Umgebung. Und dann kann ich euch empfehlen, zum Beispiel in öffentliche Plätze zu gehen. Es gibt nämlich ja auch ganz viele Bibliotheken oder Cafés oder eben auch Parks, wenn es noch draußen wärmer ist. Ansonsten auch sehr gerne mit Freunden zum Beispiel zusammen lernen und dann zu denen nach Hause gehen. Oder man kann auch, wenn es nicht zu laut ist, auch in anderen Bereichen des Hauses lernen, wie zum Beispiel in der Küche oder im Wohnzimmer, wenn das dann eben mit den Familienmitgliedern irgendwie abzusprechen geht, dass die einen dann nicht stören während dieser Lernsession. Falls euch das Video gefallen hat, wird euch definitiv nochmal ein anderes Video gefallen, was ich euch hier verlinke. Guckt auf jeden Fall vorbei, um meine Lernmethoden nochmal in Aktion zu sehen. Und ich hoffe, dass ihr einen wunderbar schönen Tag habt und bis bald. Tschüss!